Hi und willkommen zu einem neuen Projekt, nenne ich Natural Paradise in Minecraft. Ich wollte eigentlich nie ein Minecraft-Projekt machen, aber jetzt lass dich mal, ey, lass einfach mal machen. So, das war ich Bock drauf. Und da ist Dani, yeah, sag hi. Hi! Hi! Versuchen wir uns hier so ein kleines Städtchen aufzubauen, so ganz niedlich, mit so PvP-Scheiße und so. Und wir denken aber, dass wir uns gegenseitig erst mal nicht zerstören, das muss ja nicht unbedingt sein. Und wir haben uns für heute erst mal vorgenommen, in eine wunderschöne Höhle zu gehen. Ah! Mein Haus wurde schon einmal verschüttet und einmal haben das Creeper einfach kaputt gemacht. Das war ein sehr schönes Erlebnis. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Ha, ha, da ist der Enderman. Ha, ha, und da ist ein Skelett. Ha, und da ist noch mehr, noch mehr. Ach, hier geht's ja auch noch weiter. Uh. Oh, doch nicht. Ha, ha. Wow! Hä, wir rennen irgendwie die ganze Zeit im Kreis, ey. Was soll denn das? Ha, ha, boah, so gut. Ich seh einfach nur die ganze Zeit dieses behinderte Bäumchen da. Was soll denn das? Oh, ein Bäumchen, ja. Oh, ein Bäumchen. Was für ein Bäumchen? Ja, guck doch mal da. Das Bäumchen hier. Das steht hier die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, was das mir... Nein! Warte, wollen wir einfach mal hier runtergehen. Oh! Oh, das ist das Geräusch, was die ganze Zeit da kommt. Oh, oh mein Gott. Ich dachte mir die ganze Zeit so, was ist denn das für ein Scheißgeräusch, ey. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab ja schnell gedacht, ich dachte, du bist irgendwie runtergefallen, da wär ein Creeper oder so. Und hab ich so, was soll das denn was zu sein? Nein! Ich hab das Geräusch eben schon gehört. Oh, sorry. Und dachte mir die ganze Zeit so, ey, was ist das denn jetzt für ein Scheiß, ne? Ja, du dachtest, ich mach das, oder wie? Ja, ich dachte, das wären deine Füße, oder so. Da dachte ich, ey, was hat die denn für komische Stiefel an, die solche Geräusche machen? Ich hab Kohle. Ich hab auch Kohle. Weil ich so eine rich bitch bin. Aha. Okay, dann nicht. Was? Lissi. Was? Ich bin runtergefallen. Ich bin am Spawn, ich bin am Spawn. Ach so, ich hab... Hast du gedacht, ich war das? Ich hab Mädchenschrei gehört, ich bin bei Lissi. Meine Mama hat eben bei Galileo gesehen. Äh, Du warst von YouTube, und da hat sie mir erzählt, dass dieser Grund da war. Und da hab ich ihr gesagt, Mama, der heißt Gronkh. Und, was hat sie noch mal gesagt? Äh, dieser... Gronkh. 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 Gronkh, was hat sie noch gesagt? Ja, da hat man was ganz komisches gesagt. Da meinte sie auch, die Zwillinge waren da, damit meinte sie Lochis, und hat mir irgendwie ganz viele Namen gesagt, die ich noch nie gehört hab. Ich find das echt ungerecht, dass ihr alles kriegt, und ich krieg Diamanten, und dann werden die mir sozusagen wieder weggenommen. Also, ich find das fair. Ja. So Mustard. Ja, ich erinnere mich noch an die Folge. Ich freu mich für dich. I like it. I lalalalala like it. I lalalalala, okay. Ja, ja, ist schon okay. Ist schon okay. Kann man nicht mal bei ICQ sein? Kennt das noch jemand? I like it. Ja, ich kenn das. Aber das ist schon wieder was für die richtig alten Leute, ICQ, ne? Ich hab das früher immer benutzt. Das war einfach das Skype früher. Ey, ich schwör bei deiner Mutter, Digga, die ist so fit, die passen nicht in Aldi rein. Ja, ich war voll neidig, als ihr im ersten Part einfach ohne mich Schlager gesungen habt. Da konnte ich nicht mehr, da hab ich erst mal überlegt, ob ich mich als Seil hängen soll. Aber ich wusste es einfach nicht, es war schlimm. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Helle, 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 he. Eiskalt, lässt du meine Seele erfrieren. Ich hab unser Haus ge- also ich hab Lissi's Haus ge- tut mir leid, außerdem wegen die Creeper. Warst du das? Nein. Achso, nein, deswegen entschuldigst du dich auch. Genau. Lissi, für sowas, da kann niemand was für. Es passiert einfach. Es passiert einfach. Ich konnte mich nicht gegen diese Gefühle wehren. Das ist auch so, wir dürfen mit Lissi eigentlich gar nicht aufnehmen, weil jedes Mal sagt sie, ich hab 3000 Abonnenten, was krieg ich das für? Und dann kommt wieder ihr scheiß Netzwerk und sagt, wieso nimmst du denn mit so kleinen YouTubern auf? Echt, dann sagen die, das geht einfach nicht. Erst gegen Cash, okay? Dann muss ich mir wieder Prostituieren gehen, weil ich das Geld nicht habe. Aber dann kommst du ja den Wünschen deiner Mutter endlich entgegen. Meine Mama hat einfach gesagt, ich bin jetzt Barkeeperin, so neben der Schule. Meine Mama hat gesagt, es wäre ihr zu peinlich, ob ich nicht Prostituieren gehen wollen würde, da würde ich auch mehr verdienen. Da hast du mir so, Mama! Ja, so als Edelnutter, da verdient man ja auch viel mehr als als Barkeeperin, ne? Ist ja auch klar. Oh, Creeper! Oh, der wird erschrocken! Wie so ein Affe, Alter. Ey! Ach, selber Affe! T-T-M! Titten Gaming Network. Ganz ehrlich, wenn ihr ihre Bluse gesehen habt, dann wisst ihr, dass ihr Tittencam macht. Ich habe ihre Blü-Blü-Blü nicht gesehen. Ja, wie bei deinem Bild, ne? So ein Zentimeter Ausschnitt und dann alle so, boah, ey, das kann doch nicht wahr sein. Boah, du kannst ja direkt auf YouPorn gehen. Och. Ich hatte früher ganz viele Doppelaccounts und habe da manchmal meine Videos geliked, wie so ein richtiges Opfer. Was? Oh, Abgründe tun sich hier auf. Leute, ich verrate euch, mein größtes Ziel, das ich mit YouTube erreichen möchte, ich möchte nur einmal bei WhatsApp erwähnt werden. Leute, ich werde mich jetzt umbringen. Es geht nicht mehr, ich habe all meine Sachen verloren. Ich auch, die blöde Hure, Alter. Ihr heult so die ganze Zeit rum, so, ich wurde getötet und ich so Luxusprobleme, so. Oh, ich habe nur einen Diamanten gefunden. Es ist nur Platz für einen von uns in dieser Höhle, okay? Und das bist nicht du, Lissi. Oh, doch. Das hat jetzt echt total gefehlt bei dieser tollen Stimmung gerade. Alter, nur weil ich keinen Zweck nimmt. Nur weil ich keiner fickt, Alter. Aber das ist ja ein kleiner süßer Zombie, auch ein Penis-Nasen-Zombie, auch wie niedlich. Dani, Dani, hier kommen ganz viele Zombies. Ich glaube, das ist ein Zombie-Spawner. Wie sich das jetzt anhört. Dani, das ist ein Zombie-Spawner. Hilf mir doch, so hilf mir doch. Ey, kennt ihr, kennt ihr, kennt ihr, kennt ihr diese komische Biene, die diese Blume da bestäubt, wo sie sagt, was machst du denn da? Ich bestäub. Erreife dich. Nein, ich kenne es. Ich bin eine Biene. Die hört sich an wie Lissi. Ich bin eine Biene. Lissi. Was? Nun hilf mir doch, sonst steck ich dir das Schwert quer in den Arsch. Ach, das ist aber ein schönes Lied, so romantisch. Oh, ich habe ein kleines... Oh Gott. Oh Gott. Jetzt bin ich ganz hoch. Oh mein Gott. Nein, nein. Hilfe, ich bin... Ich kriege mein Schwert nicht ausgewählt, so scheiße wie ich kann. Nur weil du neidisch darauf bist, dass wir genauso gut You-Porn-Stars werden könnten. Oh Mann, was soll denn die Scheiße? Ey, geh weg. Oh mein Gott, ist das ein schadenfreuer Zombie, ne? Der macht auch nur so, äh, wenn er mich tötet. Ich finde aber voll cool, dass uns Squad Force Gaming diesen tollen, coolen Server-Sponsor hat. Danke Squad Force Gaming, wir lieben dich. Nicht. Das sind drei Leute, aber wir lieben dich. Aber Mediakraft würde das bestimmt regelmäßig an Copyright-Musik machen. Den hat auch in seinem einen Video. Macht alle mit Spaß. Spaß. Du wurdest von einem wilden Lissi angegriffen. Spaß. Da musst du mir mal helfen, weil da sind voll die hässlichen Monster des Todis. Du bist voll hässlich. Oh, okay. Boah. Komm, du hast echt geworfen. Nee, Lissi ist wunderschön. Ich meine, schaut euch diese Facecam an. Der blind ist von ihrer Schönheit. Also ich hoffe, es ist die Schönheit von der blind. Was macht nicht die Kind? Ja, ich möchte auch nicht bei dir sein. Oh. Oh. Oh, du kannst gleich wieder weggehen, okay? Nee, bitte, ich brauche deinen Abonnenten. Äh, ich meine, ich bin wieder mit dir auf. Ich habe das Schwert von Luke. Oh. Luke. Es riecht nach ihm. Äh, das kär mir jetzt irgendwie ein bisschen gay. Gay. Ey, und ich heiße, das ist gegen Schwule, oder was? Ich finde das nicht in Ordnung. Kannst du mir nicht kurz helfen, den Enderman zu töten? Ich will nur einmal einen Enderman. Ja, will ich ja. Ich suche dich ja. Komm schon, lass uns den Enderman töten. Komm, ich versuche, den jetzt zu töten. Oh Gott. Lissi, ich weiß nicht, wo du bist. Oh, da sind noch mehr Viecher, ey. Und wo ist der Enderman? Ich sehe ihn nicht mal. Ach du, fuck. Ey, ich sehe dich, Enderman. Oh, oh, oh. Ich habe den Enderman getötet. Oh Gott, Hilfe. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie bei so Dora in so einer Serie. So, wo ist der Enderman? Wo? Jetzt, wo ich diese tausend fetten Endermans getötet habe, kommst du auf hier einmal. Und du hast noch nicht mal mitgekriegt, wie geil ich bin. Dani, nach Hause telefoniere. Kannst du mir ja so Stöcke geben oder so, oder fackeln? Kann ich auch fackeln geben. Ja, aber ich habe ganz viel Cola, also das musst du nicht extra geben. Ach, ich habe, hä? Ich wollte gerade sagen, ach, ich habe selber welche, obwohl du mir die gerade erst gegeben hast. Nein, meine Spitzhackkücher ist kaputt. Mann, ey, soll ich jetzt hier eine halbe Stunde bei der Scheiße hochgraben, oder was? Ja. Ach, das macht aber viel Spaß. Wohin musst du denn? Weg. Zu einer Freundin. Weg! Ja, ich bin oben! Wuhu! Hey, wo ist Marcel eigentlich? Er ist tot. Ach, das ist jetzt aber schade. Das ist jetzt aber schade. Seitdem du 3000 Abonnenten hast, bist du so arrogant geworden. Vorher war es anders. Ganz bestimmt. Es ist immer so, like dieses Video, wenn ihr meinen Pimmel sehen wollt. Ist ja nicht so, dass du das in den letzten drei Videos gesagt hättest. Oder so. Nein. Ey, liked, wenn ihr Titten kennen wollt. Deswegen sage ich jetzt einfach mal au revoir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.